Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mit dem japanischen Zerstörer auf Stufe 7 der Kagero unterwegs. Und zwar ausgestattet mit der Halloween Urashima Tarnung hier auf jeden Fall. Wie natürlich bei den ganzen Halloween Tarnungen. Sehr sehr Geschmackssache. Aber ich wollte hier natürlich auch hier eine Runde machen für ein Video mit dieser Tarnung. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Tarnung haltet. Ich werde diese in 8. Runde auf jeden Fall wieder mit meiner anderen permanenten Tarnung ersetzen. Aber nicht schlecht auf jeden Fall. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns mal kurz an, welche Module Verbesserung und Kapitänskillung ich nutze. Ich nutze einmal die System Mod 1 im zweiten Slot Steuergetriebe Mod 2. Denn das Tarnsystem Mod 1 und zu guter Letzt Torpedowerfer Mod 3. Und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Und als Kapitän nutze ich den Reiso Tanaka mit der Basisfähigkeit Rumpfbrecher. Und geskillt habe ich einmal unter Wasserprojekt Prüfnerblick. Denn haben wir wieder vorrätig Nebel über den Wasser als legendären Skill. Unaufhaltsam und bei den Inspirationen nutze ich den Erich Bay und den Jersey Swirsky. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Norden im Herrschaftsmodus. Mit dabei der JC Gameplay in der Prinz Eugen und der Tactic Angel mit der Massa hier. Ein Zerstörer im Gegnerteam, auch eine Kagero. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Aber 5 Kreuzer davon, 3 Stück mit Radar. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und noch 3 Schlachtschiffe hier auf jeden Fall. Wir werden natürlich Richtung C fahren. Wenn wir natürlich hier auf der Seite schon starten. Keine Frage. Bei der Halloween Tarnung natürlich hier. Der Quaim aus den Schornsteinen auf jeden Fall. Auch nochmal ein Highlight hier. Gero ist zusammen mit der Otschakow und Georgia. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Haben wir hier eine Weimar. Weimar ist natürlich keine große Gefahr als Zerstörer. Zumindest wenn man nicht aufgeklärt ist. Haben wir aber die Baltimore. Okay, Baltimore, 9 Kilometer Radar. Da müssen wir aufpassen. Werden aber hier fürs Erste auf jeden Fall ins Cap reinfahren. Können dann vielleicht auch schon mal unsere Torpedos abwerfen. Das heißt natürlich auch, dass kein feindlicher Zerstörer auf dieser Seite ist. Die Division, die feindliche, wird wahrscheinlich auf der A-Seite gestartet sein. Ja, ziemlich sicher sogar. In der Mitte ist nämlich auch schon alles bekannt. Also feindliche Division auf jeden Fall bei A. Sind jetzt hier auf jeden Fall auch in Radarreichweite. Deswegen fahren wir hier auch aus dem Cap mal raus. Versuchen aber schon wieder ein bisschen rückwärts ranzukommen. Torpedos sind draußen. Weimar mit der Baltimore hier auf jeden Fall kollidiert. Bisschen schade. Dementsprechend wird hier die Baltimore runtergebremst. Aber wir könnten dann auch ein paar Torpedos treffen, wenn wir Glück haben. Ja, ja. Weimar hier. Und damit ist die Weimar schon mal draußen. Erstes Blut. Und auch ein Torpedotreffer gegen die Beutemore. Das hat natürlich gut gescheppert. Zwei Torpedotreffer, 31.000 Schaden. Damit können wir gut leben. Und die nächsten Torpedos sind hier schon wieder einsatzbereit. Ich denke mal, die Baltimore wird jetzt natürlich rückwärts fahren und dann wieder Vollgas geben, um dort wegzukommen. Interessanterweise fährt die Baltimore einfach voll rückwärts. Er hat auch immer noch nicht seinen Radar genutzt in der Runde. Könnte uns natürlich jetzt hier mit dem Radar aufmachen. Wobei er natürlich auch nicht mehr lange leben wird hier auf jeden Fall. Und die North Carolina, die hier noch als Unterstützung rübergekommen ist, nimmt die Baltimore raus. Und feindlicher Zerstörer bei A ist auf jeden Fall auch schon gestorben. Das ist auf jeden Fall sehr gut für uns. Dann sind nur noch zwei Schiffe übrig, wo wir sehr doll drauf auffassen müssen. Die zwei Radarkreuzer. Haben jetzt hier auch noch das C-Cap eingenommen. Taktik hier schon ein bisschen was kassiert auf jeden Fall. Aber die North Carolina ist dort auf jeden Fall dicht genug dran, um ihnen Wille zum Wiederaufbau zu geben, falls notwendig. Wir müssen jetzt hier aufpassen. Sharnos ist kurz davor, uns aufzuklären. Dementsprechend nebeln wir uns jetzt hier auch. Ein Torpedofächer hauen wir mal direkt raus. Den zweiten sparen wir uns auf, falls er dort ein paar hektische Lenkbewegungen macht. Wir treffen hier einen Torpedo. Beiden Fächer können wir uns sparen, da der JC dort schon seine Torpedos draußen hat. Hätten wir vielleicht doch beide Fächer nutzen sollen. Dann hätten wir wahrscheinlich die Sharnos rausbekommen. Aber gut, draußen ist draußen. So, Nebelwand verlassen wir jetzt hier wieder. Konnten wir natürlich nicht lange nutzen, aber vielleicht kann der JC oder irgendjemand von unserem Team hinter uns die Nebelwand noch ein bisschen nutzen gegen die Jamba. Liegt da auf jeden Fall in einer relativ guten Position, die Nebelwand. Wir werden aber hier, wie gesagt, rausfahren und uns auf den Weg Richtung B machen. Auf der A-Seite relativ ausgeglichen, der Kampf dort. Zwei Gegner sind bei A-A rausgegangen und zwei von unseren Team. C-Seite haben wir natürlich hier massiv gewonnen. Ja, werden hier auf jeden Fall das B-Cap nochmal versuchen einzunehmen. Können jetzt hier nochmal einmal unsere Hauptbatterie nutzen. Bisschen über 1000 Schaden gemacht, immerhin. Na, kommen wir hier nochmal irgendwie rüber. Einmal können wir noch über die Insel rüberschießen. Nochmal gute 1000 Schaden gemacht. Und unser Torpedo trifft hier auch und damit ist die Jamba auf jeden Fall schon mal draußen. Verlieren aber jetzt hier auch unsere Asuma. Da haben wir schon mal einen der Radarkreuzer. Können wir auch nochmal drauf schießen. Haben eh gleich die Insel als Deckung. Viele japanische Zerstörer-Kapitäne vergessen natürlich, dass ihre Schiffe auch eine Hauptbatterie haben. Das stimmt natürlich. Gerade was den Schaden pro Minute angeht, sind die japanischen Zerstörer relativ schlecht. Aber, wenn man die Gelegenheit hat, dort einfach mal zu schießen, um ein bisschen Schaden zu machen, sollte man es natürlich dennoch nutzen. Na, kommt der Reuzer jetzt hier noch rum. Holen uns jetzt hier unser zweites Gap. Sind jetzt hier vom Radar offen. Wahrscheinlich von der Widgeter. Könnte auch die Otschakow sein. Schwer zu sagen. Die ist ja aktuell unbekannt. Hauen aber auf jeden Fall mal unsere Torpedos raus. Wenn wir Glück haben, treffen wir dort. Wenn nicht, dann nicht. Wird aber wahrscheinlich auch seinen Sonar nutzen. Müssen ein bisschen aufpassen, nicht dass die Otschakow jetzt hier in der Mitte ist. Okay, die Otschakow. Ist Richtung A wieder gefahren. Dementsprechend sind wir hier sicher. Versuchen jetzt hier auch immer die Insel zwischen uns und dem Kreuzer zu lassen. Und Torpedos sind sogar erfolgreich hier. Holen uns hier den dritten Kill. Gucken wir mal, ob wir dort noch ein bisschen was auf der A-Seite machen können. Aber das Gefecht ist natürlich schon durch. Viel wird hier nicht passieren. Und der vernichtende Schlag und siebeneinhalb Minuten und das Gefecht ist zu Ende. Relativ kurze Runde hier auf jeden Fall. Aber was soll man machen? 83.000 Schaden, 35 Zieltreffer mit der Hop-Batterie, 5 Torpedotreffer, 3 Schiffe zerstört, 3 Schiffe aufgeklärt, 4 Wassereinbrüche, 2 Solo Caps und dann gab es noch das erste Blut. Gucken wir uns natürlich auch das Team-Ergebnis an. Hier auf jeden Fall super Teamleistung. Definitiv haben wir sogar fast 3.000 Basis-EP bekommen. Dafür, dass die Runde nur ein bisschen über 7 Minuten ging. Auf jeden Fall nicht schlecht. Und im Gegner-Team auf jeden Fall die Otschakow und die Georgia. Gute gegen gehalten. Werfen natürlich nochmal kurz einen Blick auf unseren Wirtschaftszweig. 190.000 Kreditpunkte Profit gemacht ohne einen Kreditbooster und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute, das soll es auch für das heutige Video mit der Kagero und der Halloween-Tarnung gewesen sein. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie euch die Tarnung so gefällt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.